Zuerst die Grundübung. Dann haben wir angefangen, hier und hier oben, Tenkai, Tenkai, jetzt eine Treiserbacke und Zugi Aschi zurück. Wollen wir von diesen Schritten gehen? Schritt nach vorne. Schritt nach vorne. Schritt nach vorne. Schritt nach vorne. Es gibt wie zwei Teile einer Technik. Je nach Angriff ist das erste Modul natürlich verschieden. Schritt nach vorne. Schritt nach vorne. Und jetzt das ist auch wieder gleich. Schritt nach vorne. Ein Tenkai. Und jetzt ein Teiserbacke hinein. Und jetzt eigentlich auch wieder ein Tenkai und ein Tenkai zurück. Das heisst bis auf den letzten Tenkai. Vorher haben wir nachher das gemacht. Und jetzt machen wir nach dem Tenkai hier, machen wir einen Tenkai zurück. Der Rest ist gleich. Schritte sind gleich. Erstmodul, zweitmodul, Schritt gleich bis da. Hier. Hier nachher noch ein Tenkai wieder zurück. Da machen wir einen Tenkai so. Und dann wieder einen zurück. Also. So. Dann schreibe vor. Tenkai. Teiserbacke. Da gehe ich schon runter. Tenkai. Und Tenkai zurück. Entschuldigung. Ich könnte es auch mit Rollen machen. Aber für ihn ist es gut. Das erste Modul. Ist wieder dasselbe. So. So. Die untere Hand ist gegen oben die Handfläche. Dann drehe ich die Hüfte etwas zurück. Hopp. Und jetzt mache ich wieder einen Teiserbacke wie vorher. Und einen Tenkai. Äh Tenkai. Entschuldigung. Wie vorher. Also. Modul 1. Gleich. Hopp. Die untere Hand ist offen und unter seinem Arm. Ich drehe die Hand, drehe die Hüfte etwas zurück, dass es ein Zug entsteht. Jetzt mache ich einen Tenkai und einen Tenkai. Und jetzt habe ich die Hüfte gerade. Jetzt reicht die Hüfte nach vorne. Da muss ich nicht mal einen Zugiaschi machen. Ich kann einen Zugiaschi machen. Ich muss aber nicht. So. Hand offen. Unten. Drehen. Shionage. Ura. Das Modul 1 ist wieder das. Jetzt aber. Wieder den Schritt. Nein. Ja. Du hast ja. Genau. Ich mache den Schritt. Ich mache den Tenkai. Halte ihn hier an der Hand. Und bin hier. Nach vorne. Tenkai. Hüfte drehen. Hände machen fast nichts. Es ist die Hüftdrehung, die es macht. So. Und so. Und dann würde ich dann da weggehen. Dann kommt er auf den Bauch. Aber im Moment geht es ja vor allem um den Eingang. Ja. Sonst müsste ich eben noch eine Technik machen. Kote Mawashi. Aus Ushiro Rio Tetori.